so hallo wir machen weiter beim mario maker ganz kurz einmal gucken was neues passiert ist ich glaub es aber nicht es ist jetzt nur ein tag her dass ich aufgenommen habe das heißt ich bin auch noch da wo gutes internet ist so wir gucken trotzdem ganz kurz nach vielleicht ist ja was passiert man weiß es ja nicht aber das sieht nicht danach okay gut dann möchte ich es noch mal probieren dass ich kann mir nicht vorstellen dass ich diese vier nicht geknackt bekommen das war so blöd letztes mal also dieser letzte tod also da muss ich schon sagen uff mensch das wird ja spaßig ich hätte gar nicht gewusst dass man beim springboard die dinge auslösen kann wenn es jetzt nicht die einzige möglichkeit gewesen wäre ach so das ist noch okay das muss ja irgendwann noch schwierig werden ja cool muss ich da schnell drauflaufen oder wie mache ich das am blödsten das war knapp jetzt sind da zwei ich kann ja eh nur eins mitnehmen nein der kommt nicht mehr runter ich muss schnell rüber wenn der da ist okay kürmer uns den rest des levels an also hier müsste ich dann die schneller erwischen und dann die hier weg pfeffern okay dann muss ich schnell hin bis er das auslöst okay dann geht es weiter und das war's das kriegen wir ja hin das kriegen wir ja wohl hin können wir uns noch ein leben am ende mitnehmen das kann doch nicht also die die stelle mit dem zwang kann doch nicht so schwer sein dass sie das noch mehrere leben geliehen das oder das wäre ja richtig bitter da muss man halt ach so warte mal nee okay okay also hier schnell rüber aber vielleicht ist das das schwierige ich weiß es nicht okay und jetzt schnell hier okay das ist das ist knapp das ist knapp okay wofür habe ich das springboard überhaupt noch dabei das verstehe ich nicht wofür kriege ich da ein zweites springboard was 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 will ich damit das verstehe ich halt echt nicht alles andere kapiere ich aber das zweite springboard check ich nicht das ist immer so gefühlt knapp ne ich weiß nicht was ich mit dem soll es nützt mir am ende überhaupt nexus stört mich ja nur ich hab's ja ich brauch's auch am ende nicht mal mehr jetzt haben wir's level geschafft wofür habe ich das jetzt wofür habe ich das jetzt also leider ein leben insgesamt verloren in der stage weil wir kriegen ja eins wieder dazu am ende ich habe jetzt nicht verstanden wofür ich dieses springboard hatte naja wie auch immer hauptsache level geschafft nicht allzu viel verloren let's go let's go kann ich nicht lesen will ich auch nicht ah speedrun ja ach du nö ah skippen wir bis ich das gelernt habe was immer da als alles kommt nein nope das ist genau mein fehler die letzten mal immer gewesen dass ich schwierige sachen nicht einfach skippe wenn es sachen sind die man nicht in einem run so schnell lernen kann außer man ist äh dj oder sowas also miauza müssen wir besiegen das wird ja spaßig äh ok in dieser stage ist es immer wieder schlecht dass die dass es so nah am boden gebaut wird dass dadurch dass diese äh scrolling das da der 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 bildschirm der scrollt ne das ist ja der vom vom na sag schnell äh komm nicht drauf vom äh im schiffdings und der oh boy und ah danke und der verschwindet dann dadurch immer ganz ja hi blume oder katze für miauza wäre die blume besser aber wir werden wahrscheinlich gar nicht na das meine ich jetzt ist der boden weg und jetzt sieht man ihn nicht weil das so hoch und runter scrollt die kamera und das macht sie immer beim luftschiff und da drüben ist dann miauza ok sollen wir das probieren oder nicht sollen wir skippen ich will aber nicht alles skippen sowas wie speedrun skippe ich halt ne aber ansonsten würde ich schon sagen wir probieren die sachen aus die kommen aber wie will ich denn vor allem ich brauche die blume ich kann ja mit dem katzensuit alleine kriege ich boah kriege ich mir außerdem ja eh nicht klein wir können mal vorgucken kann ein bisschen vorangreifen aber das war es dann halt auch schon ne ach so ja gut dann machen wir es halt so nein was ich hab dich getötet wie dumm wie dumm ich wollte oh mein gott ich brauche den stern ich muss auf ihr weiterlaufen aber oh ist das dämlich gebaut das ist doch wohl nicht euer ernst so einfach durch ne gerade sag ich noch mit der kamera ne jetzt war ich mir nicht mehr sicher wo der boden aufhört aber jetzt ist es jetzt bin ich wieder in so einem punkt wo ich sage jetzt will ich das level besiegen ja jetzt jetzt ärgert mich das level jetzt will ich es auch selber ärgern aber es ist was dumm ist weil eigentlich sollte man jetzt hier skippen das level ist einfach einfach blöd gibt es nichts guck mal jetzt geht es wieder runter und da muss ich springen ok ich wollte eigentlich die katze behalten aber was solls so ja und wie soll ich jetzt oh boy wie soll man das denn ohne stern machen ach mit dem auto stimmt da war ja ein auto ich warte mal bis die wolke wieder da ist alter wer wird schon kein schlüssel haben den ich brauche oder sowas ja oder kommt hinterher ne yo ok wir können einfach weiter ist jetzt alles ziel und ich habe das leben nicht mitgenommen aber wir haben das level geschafft was ein müll also vor allem wegen der kamera so äh ansonsten ist eigentlich gar nicht so viel müll um ehrlich zu sein jetzt habe ich es halt schlecht bewertet war ich gerade ein bisschen voreilig gebe ich zu tut mir leid wofür ist jetzt da der on off man weiß es nicht ich habe ihn halt nochmal gedrückt so so aber das reicht ja schon zum kippen wow 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 äh ok uff hätte ich den wahrscheinlich einfach nur für die für das dings gebraucht jetzt nehme ich nochmal mit vielleicht kann ich ihn noch benutzen gebrauchen wollte ich sagen und daraus ist genutzt geworden egal wie leben ist wichtig ok hier kann ich einfach runter was ist da drin Hä? Hä? Ich habe keine Ahnung, was er sich gedacht hat beim Bauen, aber wir haben es garantiert nicht so gespielt, wie er sich das gedacht hat. Oh, das wollte ich nicht. So, das wollte ich. Hä? Okay. Okay, wie auch immer. Wie auch immer, gerade sind die Level wirklich super einfach. Für Expert unerwartet einfach. Ich habe nicht verstanden, was er wollte. Ja. Och, lassen wir es einfach so. So hätte ich es vorhin auch machen sollen. Ich hätte es nicht buhen sollen, es tut mir leid. Da war ich etwas... Hm. Etwas zu sehr von meinem Eindruck beeinflusst. Gibt es ja zu. So. Okay. Bis darüber jetzt? Äh, okay. Die Idee ist super cool. Ich frag mich nur, ob er irgendwann damit trollt. Ich hoffe nicht. Dass es dann irgendwie plötzlich wieder runterfährt oder keine Ahnung. Kann es überhaupt wieder runterfahren? Das ist die nächste Frage. Aber bisher funktioniert das sehr gut. Aber wenn ich jetzt sterben würde... Ich würde es nicht nochmal neu starten. Bin ich ganz ehrlich. Weil wir haben es soweit geschafft. Ich will es nicht nochmal spielen. Es ist ja dann immer das gleiche. Okay, Checkpoint. Wenn ich jetzt sterben würde, würde ich natürlich nochmal starten. Weil jetzt sind wir gerade direkt am Checkpoint. Okay. Stufe schwieriger. Uah! Okay, da muss ich eher drauf. Da muss ich eher drauf. Gleich drauf. So. Und jetzt warten wir erstmal eine Runde. Da ist wieder was in der Mitte. Jupp. Jupp. Hi. Lass mich in Ruhe. So. Wir lassen mal ein bisschen aufbauen. Wobei wir zu viel auch nicht... Ah, scheiße. Leute, ich muss mal ganz kurz hier mein Kabel richten. Mir haut es hier gleich das Headset runter. So. Oh boy. Jetzt wird es kritisch. Und hoch. War es das? Checkpoint oder Ziel? Checkpoint oder Ziel? Komm schon. Ziel. Nein. 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 Okay, oder Bosskampf. Bosskampf ist auch okay. Vielleicht. Okay. Der geht klar. Ja, komm mal drunter. Blöde Nuss. Nein. Schluss. Ciao. Wiedersehen. Puh. Komm. Ziel. Okay. Wie soll ich kein Leben? Was? War ich nicht ganz oben? Oh, Mist. Wofür ist der on-off hier? Schade. Aber sehr cooles Level. Sehr coole Idee. So, jetzt ein Level noch. Dann haben wir den Rekord endlich geschlagen. Ah. Ein Level. Eines. Ich werde sofort skippen, wenn es dumm ist. Sieht bisher nicht dumm aus. Sieht sogar bisher ziemlich fair aus. Okay. Please note, Trollery, no. Leben ist da. Also jetzt abschließen, wäre sogar Sinn. Okay. Aber hier geht's einfach weiter hoch. Ah. Okay. Yoshi. Und nix. Ach so. Ja gut. Das war Yoshi. Aber sehr schönes Level. Sehr schönes Level. Oh no. Okay. Okay. Einfach durch hier. Oh, jetzt wird's böse. Da wird's jetzt unangenehm. Muss ich das mit der... Kann ich von der Wand mit dem Dings abspringen? Mist. Es muss ja irgendwas blödes am Ende kommen. Aus irgendeinem Grund muss es ja bei Hard sein. Na, jetzt wirst du wohl. Ach, scheiße. Es ist kein... Kein gutes Ende da oben. Ich muss das kurz testen. Okay, das kann ich. Das muss ich dann auch. Nein! Komm ich den... Krieg ich den zurück? Da ist sogar ein Set in der Wand gewesen. Aber die Bombe kommt nicht zurück, ne? Die ist jetzt kaputt. Da muss ich mich jetzt umbringen. Mist. Mist. Die Stelle da oben ist halt so ne... Soll ich skippen, wenn's jetzt wieder nicht klappt? Ich bin mir unschlüssig. Nein. Ich weiß es nicht. Was soll ich tun? Ich muss halt auf ihr vorne landen. Dann stoße ich sie auch nicht mehr zurück. Yes! Okay. Checkpoint. Oder Ziel. Yes! Gut, dass wir nicht geskippt haben. Und nochmal ein Leben mitgenommen. Und wir nehmen alle Leben mit. Wir nehmen alle Leben mit. Oh, nice. Oh, nice. Perfekt. Perfekt. Fünf Level. Rekord. Schönes Level. Rekord. 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 Rekord gebrochen. Next. Jetzt weiter. Jetzt, jetzt bin ich im Lauf. Jetzt geht's bis zu 10 hoch. Natürlich nicht, aber egal. Jump in one castle. Das klingt doch angenehm. Mit Kaiserblöcken. Du Hundling. Führt ihr irgendwo hin? Aha. 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 Okay. Wehe, da ist irgendwas Verstecktes Blödes irgendwann. Dann raste ich aber aus. Jetzt traue ich mich nicht, in so eine Lücke reinzuspringen. Aus eben dem, was ich gerade gesehen habe. Gründen. Oh Mann. Ich hoffe, er hat das nicht gemacht. Am Anfang, so ein Troll ist okay, aber jetzt lass mich nochmal vernünftig spielen. Okay. Ah Mist. War blöd. Nein, da wäre noch... Oh, einfach runter. Einfach runter. An der Stelle einfach runter. Okay, hier war auch nichts Verstecktes. Da kann ich guten Gewissens einfach hochspringen. Und da warten wir jetzt lieber an den Rand. Moment. Ich bin so blöd. Ist das nur Reset? Wahrscheinlich für den da. Ich hab... gedacht, da kommt nur einer. Scheiße. Okay. Ich würde jetzt echt mal versuchen, auch den Dings zu behalten. Wir haben ja die Zeit. Ah, da kommt noch einer. Das wusste ich nicht. Da kommen hier auch mehrere... Höh! Oh, der... Wenn man das nicht weiß, ist das ein bisschen doof. Mist. Also muss ich da auch wieder schnell rüber. Aber bisher würde ich eigentlich nichts skippen. Ich glaube, wir können da was schaffen hier. Ich weiß es nicht. Man weiß ja nicht, was stattdessen so kommt. Muss man ja auch überlegen. Ist halt kein sehr spannender Anfang und immer wieder der gleiche Quatsch. Okay. Checkpoint. Noch ein Checkpoint. Ah, verstehe. Jetzt gibt es drei Challenges. Und da kriegt man dann... Zeug. Wieso gehe ich zurück? Ah! So kann ich die Münzen speichern. Hm, das ist gut. Aber jetzt sind die Chall... Die jetzt einzeln lernen. Die Challenges wird natürlich eine Nummer. Aber wir würden gerade zwei Leben schon rauskriegen. Okay, let's go. Ich bin dumm. Warum bin ich denn dumm? Okay, gebt ihr den. Okay, der hat jetzt so Flügel hinten dran. Und die sind so groß. Deswegen macht jetzt hier das Flügelding. Und als ich den anderen hatte, da hat das ja nicht gemacht. Nein! Ich hätte... Ah, ich... Ich dachte, ich schaffe das nicht mehr. Scheiße. Okay, die erste Challenge kriegen wir hin. Wohl mit uns das dritte Leben auch noch. Eine Motivation mehr, das jetzt zu schaffen. So, ich muss kurz was testen. Wenn ich auf der Säge drauf war, kann ich dann nochmal? Ja! Okay. Das heißt, ich kann mich problemlos hier rüber begeben. Den hier machen. Und jetzt rumprobieren, bis es passt. Jetzt passt's. Und jetzt kann ich da raus. Okay. Gut. Challenge 1. Ach, und ich komme sogar hier raus. Okay. Jetzt ergeben die Checkpoints noch mehr Sinn. Ich dachte, ich muss durch die Röhre zurück. Aber nein. Gut. Challenge 2. Der große Pilz. Da ist er auch schon. Okay, ich muss hin und zurück mit dem Gleichen. Also, ich muss aufpassen da. Weil. Ja, ja. Brauche ich jetzt nicht. Ah, mir haut schon wieder das Headset runter. So. Das brauche ich jetzt nicht. Okay, jetzt muss ich schnell sein mit dem Pies entstanden oder was? Ih, was kommt denn da? Aber ich brauche ja den... Okay, das war eigentlich jetzt gut, ne? Ich brauche den ja nicht mehr, den großen Pilz. Oder brauche ich den, um rauszukommen nochmal? Nein, ich brauche ihn nicht mehr. Oh, yes. Zum Glück. Dann war der Rückweg jetzt nämlich einfacher. Puh. Okay. Gut. Letzte Challenge. Blume. Blume und Gegner. Achso, das ist ein Bosskampf. Wo aber immer wieder, äh, ein Pilz rauskommt. Ja, dann ist das ja. Wenn man schnell genug an den Pilz wieder rankommt, simpel. Hilfe. Lass mich in Ruhe. Nein. Aber eigentlich müsste ich doch nur mit ihm hier den, den Pilz holen. Nein. 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 Wie komme ich denn da oben ran? Soll ich mit dem Bowser da hochspringen? Oder was ist da, was ist, was ist hier angesagt? Nein. Komm mal her, komm mal her, Kollege. Und springt. Mist. Aber hier, hier müsste ich ja auch hochkommen, ne? Oh, der kommt hinterher. Hilfe. Du bist ja ein verrücktes Huhn. So, den lassen wir jetzt mal ein bisschen rumfahren hier. Wait, jetzt ist der da rein. Hä? Wie, wie soll ich denn den jetzt da wieder raus? Ja gut, aber der kommt ja nicht mehr raus. Muss ich hier irgendwo den versteckten Block einfach finden? Weil es hier so rumdingt. Ich meine, ich kann jetzt killen wahrscheinlich. Ja. Ich muss mit dem Bowser da hochkommen. Also muss ich den jetzt resetten. Hier ist kein versteckter Block. Ne, okay. Gut. Gut. Nein. Aber wie krieg ich den... Oh, nein. Okay, wir holen uns den Pilz direkt neu. Baaah. Wir holen uns den Pilz direkt neu. So. Jetzt komm her. Aber ich weiß nicht, wie ich. Wahrscheinlich reicht ein normaler... Nein. Wahrscheinlich reicht ein normaler Sprung auf ihn drauf. Komm her. Dann bleib da drüben. Nein. Oh Mann. Nein, den wollte ich nicht sammeln. Was? Ich muss groß sein und hochspringen. Ich glaube, dann reicht's. Das ist die blödste Challenge hier in dem Abschnitt. Ich verstehe vor allem nicht... Äh... Yes! Ich hab's doch verstanden. Na, aber ich verstehe vor allem nicht die Symbole hier oben. Was sollen die mir sagen? Okay. Was? Komm, gib mir das Ziel. Ich will's hier nicht noch... ...irgendeinen Troll haben. Okay, sieht gut aus. Yes! Einfach nur ins Ziel. Huh! Eieiei. Auch ein sehr schönes Level. Jo, mit einem Level mehr ist man einfach um 10.000 auf der Rangliste runtergestiegen. Lel. Oh Gott. Das ist anscheinend super kurz, aber... Ich weiß nicht, ob wir... Ich probier's einmal. Aber das ist... Soll ich mich das... Das ist nicht... Das ist... Ich glaub nicht. Ne. Wir skippen. Wir skippen. Keine... Keine... Kein Mum. Kein Mum. Das würde ich nachher nochmal kurz probieren. Wir haben's jetzt in den Gespielten drin. Darf ich das nochmal gerne probieren, aber... Weiß nicht, ob ich jetzt sowas hier spielen will. Sind sie hier angestellt? Kann ich sie was fragen? Da ist mein One-Up-Pilz. Da geh ich jetzt hier weiter runter. Der kommt zurück. Aber da könnte halt auch eine Röhre sein. Ich hab nicht auf die Zeit geguckt. Nein! Und der tötet mich ja. Der tötet mich ja in SMW. Äh... Aber will ich dann da runter? Geht's da unten weit? Ist da eine Röhre? Oder, 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 oder? Ah, Mist. Was mach ich dir jetzt? Das würde ich auskippen. Das würde ich, glaube ich, auskippen. Geh weg da oben. Aber ich weiß jetzt nicht, was da unten ist. So, tschüss. So, ist hier, ist hier... Hier geht's nicht weiter. Ach, du bist so ein blödes Ding, ne? Ich muss an dem... Wie komm ich dann an... Ach, ich weiß, wie an dem vorbeikomme. Ach, Mist. Zu spät gecheckt. Aber wir würden halt jetzt drei Leben auch wieder rauskriegen, wenn wir's jetzt schaffen sollten. Und jetzt was Neues anfangen, ist auch wieder Quatsch. Weil wir haben nur noch zwei Leben übrig. Kommt der jetzt wieder eigentlich? Was kommt noch? Was kommt noch? Ich seh... Okay. Wir haben alle drei Leben mitgenommen. Zwar einiges verloren, aber wir haben... Wir sind doch im Rennen. Wir sind noch im Rennen. Puh, unglaublich. Ja, doch. Also, Level an sich ist cool. Keine Frage. Bisschen stressig im Rahmen einer solchen Challenge hier, aber... Geht klar. Und wieder um 5000 Plätze runtergerutscht. Mindestens 140. Falling for Witches. Also, wenn wir fallen, sammeln wir Münzen, ja? Ah, ne. Oh nein, ich hab das nicht realisiert. Das Schöne ist ja, die können wir ja auch Geld sammeln, wenn ich die jetzt einfach losschicke. Wo auch immerhin ist, ist ihr völlig egal. Nein! Das wollte ich nicht. Ein Versuch gebe ich dem noch, dann skippe ich. Weil es ein langes Level sein könnte. Und... Entsprechend... Müssen wir es vielleicht nicht... Übertreiben. So, wir haben den Pilz noch. Das ist schon mal das Wichtigste. Und weg damit. Weg, 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 weg. Jetzt ist die Frage, ob diese eine Münze da wichtig ist, da unten. Oh, scheiße. Ich hab keine Ahnung, wo ich landen werde. Oh Gott. Ich hoffe, wir kriegen die Münze noch zusammen jetzt. Ja, da komm ich nicht mehr zurück. Da komm ich jetzt schon nicht mehr zurück. Stopp, stopp. Ich will noch nicht, ich will noch nicht, nein! Nein, 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 nein. Wir sind hier noch nicht fertig. Wir sind hier noch nicht... Nein! Stopp! Hier sind zu viele Münzen. Nein! Lass mich hier hoch. Oh Gott. Okay, okay, nein, nein, nein. Nein, da wollte ich nicht runter. Ich wollte da drüber. Nein, ich... Da will ich rüber, 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 rüber. Hier rüber, hier rüber. Die nehmen wir mit, die nehmen wir mit, hier. Schön, die mitnehmen. Okay, und jetzt hoch, wieder. Hoch, wieder. Nein, 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 nein. Nö, nö! Okay, Pilz. War hier oben nochmal Geld? Ah, Leben. Vielleicht noch ein Münzblock? Wo komme ich dann nochmal hoch? Nee, okay. Keine Chance mehr. Gut, dann fliegen wir mit dem jetzt anscheinend nach oben. Nice. 81 von 140. Ich habe halt keine Ahnung. Oh Gott. Mein Herz. Okay. Also ein Sprung. Ein Gewagter. Und dann... Hier fliegt mein Headset runter. Moment. So. Oh Gott, was kommt jetzt? Nein, 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 nein. Ich will nicht sterben. Nein, nein, nein. What? Hilfe. 107 von 140. Will ich nochmal hoch? Wir versuchen es nochmal hochzukommen. Da, da. Die müssen wir mitnehmen. Okay, nice. Okay, jetzt können wir runter. Vorsichtig. Wow, 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 wow. Ganz ruhig. Erstmal langsam werden. Und dann hier runter. Ganz langsam werden. Und dann hier runter. So, jetzt muss ich da rüber. Es ist jetzt so kritisch, dass ich kein Dings mehr habe, ne? Kein Pilz. Okay, da drüben sind nochmal Münzen. Oh nein, es reicht nicht, ne? Scheiße. Ich muss die da drüben noch holen. Komm ich da irgendwo nochmal hoch? Ich komm nirgends wo mehr hoch, ne? Ne, da komm ich niemals hoch. Nein. Oh, verdammt. Da komm ich auch nicht rüber. Oh, ich hoffe, ich krieg noch irgendwoher Münzen. Was ist das da unten? Das Problem ist jetzt, wenn da ein Münzblock ist, dann ist es cool. Wenn da kein Münzblock ist, sondern ein Lebenblock. Weil noch könnte ich zurück. Weißt du? Noch könnte ich zurück. Und den Sprung hier irgendwie versuchen. Aber der wird nicht... Scheiße. Wenn da ein Münzblock ist, krieg ich vielleicht sechs Münzen raus. Wenn es nur eine ist, dann habe ich verloren. Aber der Sprung geht nicht. Ich habe den Pilz verloren. Das ist mein Problem. Ich komme hier nicht mehr raus. Das wird nicht funktionieren. Ich muss mal auf mein Glück hoffen, dass da ein Münzblock ist, der mehrere Münzen beinhaltet. Sonst war es nicht mehr raus. Was will ich denn jetzt damit? What? Scheiße. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Und jetzt runter. Jetzt runter. Oh nein. Ich dachte nicht, dass ich das nochmal mache. Scheiße. Können wir nicht einfach jetzt dann darüber ziehen? So, und jetzt einfach fallen lassen? Oh Gott, es funktioniert. Oh Gott, wie gut. Oh. Voll gut. Ich dachte, das ist so das Todesding, wenn du die Münze nicht geschafft hast. Und dann kriegst du da unten einfach noch eine Chance. Wie fair ist das denn bitte gebaut gewesen? Ich bin fasziniert. Richtig cool. Okay. Ich muss hier eine Fortsetzung machen. Der Part wird mir zu lang gerade. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal geht es hier weiter. Und tschüss.